Meinst du? Schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück in der zweiersten Folge der NF-Marsch. Man könnte jetzt normalerweise... Kann man jetzt auch nicht? Könnte man noch? Ah, siehst du, wo konnte ich das Video eigentlich mal diesen Knopf drücken? So, aber ich würde jetzt da keine... Wollen sie sich hier Highlight-Folge machen oder sowas? Länger machen nutze ich auch nicht. Wir machen ja schon 20 Minuten Folgen. Obwohl, ich will jetzt nicht rumjammern oder sonstiges, aber wird halt eben nicht komplett geguckt. Also der Durchschnitt ist eben tatsächlich hier irgendwas an die drei Minuten, wo es gepumpt wird. Aber das ist halt so. Das ist halt so. Da kann man nichts dran machen. Oh, heiß! Oh, heiß! So, du. Aber voll bist du eigentlich auch nicht. Ich glaube, musst du den gerade tatsächlich nochmal wieder anwerfen? Weil er einfach wieder stehen geblieben ist. Kann natürlich möglich sein, weil er stehen geblieben ist, weil eben keine Ballen mehr da waren. Kann möglich sein. Ja, was ist denn jetzt... Ne? Hat er es mal wieder ausgemacht. Ach komm, was soll. Ähm... Das muss jetzt zu... Gernerei. Dann fährt er nämlich da schon mal hin zum Abladen. Okay. Jetzt will ich nochmal irgendwas gucken. Jaaa. 1364 Ballen hat jetzt die Presse auch schon gemacht. Ist ja auch schon mal ein bisschen, ne? Ich habe schon immer mal hier noch den Plan gehabt, dass wir nur eine zweite Presse dazunehmen, die denn für Heu ist, ne? Könnte man theoretisch jetzt eigentlich auch nochmal einen Angriff nehmen, ne? Das wäre hier so eine... Äh, wo haben wir sie denn? Nochmal aber den als Qualab-Einpress entnehmen. Weil den geht doch doch ein bisschen schneller, ne? Also den muss man trotzdem anbauen. Brauchen wir aber nicht. So, die Geschwindigkeit nehmen wir nochmal runter, da wir noch Heu haben wollen in der Presse. Ach du Scheiße. Aber man kann die hier, hab ich dich hier... Ohjejeje. Oh! Hä, ich glaube das sind nicht viele, ne? Den können wir mal durch in Schwarz machen. Das sieht besser aus. Das hat irgendwie... Also wenn das wirklich nachher im Original da so steht, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Okay, lasse ich die mal engelten, ne? Also... Gelb orange, ne? Hm... Ja... Ganz ruhig können wir gar nicht dran machen. Ich setze mir jetzt gerade auf. Aber... Das finde ich nicht wahnsinnig tragisch. Jetzt stellen wir uns die Honor an den Händler. Beziehungsweise stellen wir hier an den Händler. Weil den äh... Äh... Sag schnell... Äh... Den Roper habe ich schon eingeparkt. Der steht in der Rundbogenhalle. Oh ne? Und ich sehe gerade meine 45 ist abgeschlossen. Das ist doch schon mal schön. Dann hat der gerade wahrscheinlich gebimmelt wo ich im Menü war wahrscheinlich. Ja. So... Dann... Äh... Lässt der da aber trotzdem nochmal hin. Weil da sind ja eh noch Ballen. Und warum er vorhin wahrscheinlich nicht angefangen hat, vielleicht war das der falsche Modus. Weil... Ich habe mich wahrscheinlich im Ableitmodus da hingesteckt. Bin ja mal gespannt über... Ne? Wie jetzt denn Ausfeld wird und... Die äh... Ballen auch lieb. Schauen wir mal. Viel ist es hier auch nicht mehr. So... Fangen wir hier mal rum. Unser Neos ist jetzt ja auch wieder da, ne? Ähm... Kann man den glaube ich auch nochmal ansetzen, dass der die 10 auch noch immer fertig macht, ne? Weil ich glaube die 10, die wird wahrscheinlich jetzt auch greif sein. Wann ich ein? Wenn man jetzt um in der Liste guckt, tatsächlich sitzt jetzt ein Helfer drin, mit CP, also war das wahrscheinlich, weil ich den falschen Modus eingestellt habe, oder ich habe den Modus nicht geändert, sagen wir mal so. So, dann ist das jetzt auch fertig. Jetzt haben wir da ja so ein bisschen Gras auch schon mal drin, ist er jetzt nicht, ne, bewegen wir es aber, ist auf jeden Fall schon mal was drin. Lassen wir den mal stehen hier, dann finde ich jetzt wieder interessant, der ist wieder, der ist doch schmutzig, also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo er jetzt reingefahren ist. Normalerweise müsste er hier reinfahren, weil ich habe das doch eigentlich geändert da hinten, ne. Ja, der braucht tatsächlich ein bisschen länger für den Mähe. So, was ich jetzt einfach noch machen will, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Da war ja, 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 das Problem mit dem Zaun da hinten, da wird der Mähe hier auch dran hängen bleiben. Dass wir hier einfach, ähm, einfach Gras übermalen würde ich sagen. Machen das mal ein bisschen größer. Es passiert jetzt im Endeffekt, äh, gar nichts. Aber ich, ähm, ändere im Endeffekt jetzt, ne, die Feldposition, wenn man so will. Aber wenn ich jetzt einen Kurs baue, wird er wahrscheinlich, oder hoffe ich ja mal, ne, dass er da jetzt nicht dran hängen bleibt. Weil ich habe jetzt nämlich noch nicht, äh, extra noch keinen Kurs gebaut. Machen wir das jetzt mal. Aber es könnte nämlich jetzt möglich sein, dass er hier jetzt ein bisschen, ähm, weiter vom Zaun ablagt. Will ich hoffen. Wir schmeißen den Hobel mal an. Mal runterlassen. Und er fällt wieder in die zweite Bahn. Natürlich. Willi. So. Oh, der Baum müsste ja eigentlich keine Schwierigkeiten machen. Hoffe ich. Oh, so gerade eben noch. Und das ist mit dir nicht richtig. Was hast du denn du hier gemacht? Wieso hängt er hier im Zaun? Nee, so manchmal ist echt hier. Wieso? Ja, war das nicht genug. Also ja, entweder muss ich tatsächlich den Zaun wegnehmen. Oder eben tatsächlich hier, äh, noch ein bisschen mehr ausmalen. Weil, wenn man es jetzt so richtig sieht, hat das, das Toh, glaube ich, nicht wirklich festgebracht. Also, äh, schade. Normalerweise hätte es eigentlich funktionieren sollen, müssen. Ja, das weiß ich, dass es so funktioniert. Früher war das, glaube ich, so. Ich meine, im 19er, da musstest du hier das Spiel einmal speichern und noch starten. Dann ging das auch. Aber normalerweise, in der Regel, äh, geht das eigentlich. Äh, nein. Oh, ich meine, ey. So, ich fahre nochmal zum Hof. Ich hoffe, ne, er dreht nicht nur Kreise und sammelt nochmal Beinen auf. Ähm. Oh, ich hoffe, ne, ich weiß nicht. Na, die Lenkachse. Hauen wir mal mal aus, die Lenkachse. Dann würde ich mal sagen, auf zum Händler. Oh, ha. Ich habe dir gar keinen Modus eingestellt, aber okay. Also wenn du das jetzt fertig hast, das ist sehr gut. Ja, würde ich sagen, fahr doch mal zum Hof. Und dann machen wir... Einmal abrechnen. Hat wieder ein bisschen Couching gemacht, könnte man sagen. Aber gut. Halt, halt, halt. Die kleine Pfirschen, was da ist noch nicht, da kannst du jetzt auch die Brust da liegen lassen. So, wir gehen jetzt auf die 20. Und da müssen wir mal eben das Gras ein. Und das kommt in den... Oh, war das in Fragmenta? Nee. Ich glaube, das könnte... Nee, das ist besser. Ja, das ist besser. Dann nehmen wir die noch raus. Der 20. Nehmen wir den. Auslassen. So, dann machen wir das mal so rum. Sollte funktionieren. So, das hier... Ne? Jetzt auch die Donner, das Ding hier. So, aber jetzt sind wir auch schon wieder bei 29 gekommen. Gut. Dann würde ich sagen, war es das an meiner Stelle? Äh, ich sag wieder, ne? Vielen Dank fürs Zugucken. Und... Joa. Sehr gerne. Morgen wieder dabei sein. Gut. Alles klar. Dann haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.